Es steht viel auf dem Spiegel. Es geht um viel. Es geht um nicht mehr oder weniger als um die europäischen Werte und aufpassen, es geht um Europa. Wir brauchen die Grünen im Europäischen Parlament, weil wir die Einzigen sind, die sich für den Kursschutz, für den Klimaschutz und den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft einsetzen. Weil wir, genau wir Jungen, in Zukunft Europa brauchen, um die Menschenrechte einzuhalten, um zu schauen, dass die Demokratie weiterhin bestehen bleibt. Weil die Grünen eine starke Stimme für Mensch und Umwelt sind. Und wenn wir unsere Erde retten wollen, dann jetzt!